Die Standardabweichung spielt eine wichtige Rolle in der Statistik. Bei der Statistik geht es darum, das Verhalten von Variablen zu untersuchen. Die Standardabweichung ist ein Streuungsparameter. Die Standardabweichung beschreibt also die erwartete Abweichung der Zufallsvariablen von ihrem Erwartungswert. Der Erwartungswert einer Zufallsvariablen ist die Zahl, die die Zufallsvariabel im Mittel annimmt. Die Standardabweichung ist somit ein Maß dafür, wie weit die einzelnen Zahlen im Durchschnitt von dem Erwartungswert entfernt sind. Die Standardabweichung der Stichprobe wird mit dem kleinen Buchstaben s angegeben. Die Standardabweichung der Grundgesamtheit wird mit dem kleinen griechischen Buchstaben sigma angegeben. Die Grundgesamtheit wird aus der Standardabweichung der Stichprobe geschätzt. Die Standardabweichung der Stichprobe wird berechnet aus der Wurzel der durch n-1 dividierten Summe der quadrierten Abweichungen der Einzelwerte vom arithmetischen Mittel. Die Einheit der Standardabweichung und die Einheit der Messwerte sind gleich. Zur Berechnung der Standardabweichung der Stichprobe sind die folgenden Schritte notwendig. 1. Die Berechnung des arithmetischen Mittels. Das arithmetische Mittel wird durch das x-quer dargestellt. 2. Berechnung der mittleren quadratischen Abweichung v. 3. Die Berechnung der Standardabweichung s. Wir wollen nun die Standardabweichung für eine Stichprobe anhand eines Beispiels berechnen. Die Aufgabe lautet, ein Jogger notiert sich eine Woche lang, wie lange er für seine Laufrecke unterwegs war. Die Frage ist nun, wie hoch ist die Standardabweichung? Im ersten Schritt wird das arithmetische Mittel berechnet. x-quer berechnet sich aus der Summe der Einzelwerte dividiert durch die Anzahl der Werte. Für unser Beispiel setzen wir die Zeitangaben von Montag bis Freitag in die Formel ein und dividieren durch die Anzahl der Werte. Das arithmetische Mittel beträgt 46 Minuten. Im Durchschnitt braucht der Jogger also 46 Minuten für seine Laufstrecke. Kommen wir nun zum zweiten Schritt, der Berechnung der mittleren quadratischen Abweichung v. Die mittlere quadratische Abweichung wird berechnet aus der durch n-1 dividierten Summe der quadrierten Abweichungen der Einzelwerte vom arithmetischen Mittel. Wir setzen unsere Werte in die Formel ein und erhalten eine mittlere quadratische Abweichung von 4 Minuten. Im dritten Schritt können wir nun die Standardabweichung s berechnen. Um die Standardabweichung zu berechnen, ziehen wir aus dem errechneten Wert für die mittlere quadratische Abweichung die quadratische Wurzel. Für unser Beispiel ergibt sich eine Standardabweichung von 2 Minuten. Die Standardabweichung ist entweder eine positive Zahl oder 0. Sie ist niemals negativ. Die Standardabweichung ist 0, wenn alle Werte gleich sind. Das Wichtigste zu diesem Thema noch einmal kurz zusammengefasst. Die Standardabweichung s beschreibt die erwartete Abweichung der Zufallsvariablen von ihrem Erwartungswert e. Nachfolgend sind noch einmal die drei Schritte zur Berechnung der Standardabweichung dargestellt. Wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Mathematik-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du übersichtlich geordnet abrufen unter dem folgenden Link. Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up!